Er hat etwas mit seinem Gesicht gemacht, oder? Sieht aus, als ob er Stücke mit einem Messer rausgeschnitten hätte. Es heißt so ein Freak namens Killer Croc, der ihm das Gesicht zerfetzt. Wirklich? Sieht wie hier nach Absicht aus? Ja, er hat sich wohl gedacht, er sollte seinem Namen gerecht werden. Aussehen wie eine Vogelscheuche. Das ist total krank. Wenn wir gerade von krank sprechen, was macht sie hier? Weil euer Boss ein bisschen Fertigkeitskoppel. Verdammt, ich werde sie nicht los! Ich habe schon ein paar Gefängnisaufstände erlebt, aber das hier ist viel besser. Ich werde sie nicht loswerden. Die ganzen Straßen für uns allein. Ist das nicht geil? Was ist Batman? Er hat einen verdammten Panzer! Oh Gott, bring uns hier raus! Ach, Himmeltörner hören wir in Gotham sein, den es sich auszurücken lohnt. Ansonsten gibt's einfach Teische. Weg hier, sonst kriegt er uns! Eine Chance! Bestätigt! Verstätigt! Vandalier ein Turren! Folge 5, Ende! Pinguin und Two-Face arbeiten zusammen. Set! Die Fehlermaus! Immer! Immer! Die Fehlermaus! 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 Ich hab' gehört, Gasmasken helfen nicht, weil das Toxin zu stark ist. Verdammter Mist! Was ist hier los? Warum tut ihr das? Du stellst hier keine Fragen, Frau Pfeife. Genau, wie wär's mit der Kette? Was zur Hölle ist das? Gebet am Offen! Halt um! Mach schon!